Jo, Tag auch Leute. Grüßt euch. Willkommen bei DayZ. Jo, wie ihr seht, wir haben nichts. Wir fangen von vorne an. Wir sind unschuldige Menschen, die einfach nur überleben wollen. Ich stelle euch mal die Jungs vor, die dabei sind. Und zwar habe ich einmal den Mücke. Hi. Das Krokodil. Mahlzeit. Der Bomber. Hallo. Der Dicke. Heiner. Plattfuß bin ich und den Banana Joe. Gott zum Gruße, Leute. Jo, und wir wollen jetzt einfach mal gucken, ob wir was zu essen finden, was zu trinken kriegen und dass wir überleben. Das ist eigentlich das Einzige, was wir wollen. Also, von mir aus können wir los, Männer, Frauen. Los geht's, Leute. Also, los geht's. Alle Fäuste hoch? Ja, kann losgehen. Und los geht's. Hier lang. Dann die Fabrik vorbei. Attacke. Lass uns laufen. Ja, das Problem ist natürlich, wenn uns jetzt einer entgegen kommt, weil, ähm, ich schau mal eben kurz. Kleine Info für den Server, Leute, damit ihr mal wisst, was los ist. Wir könnten hier direkt, glaub ich, ist das noch mehr Wasser hier? Ja, kann man trinken, haben wir auch gefragt. Also, ich hab genug getrunken. Ich bin hydrated, ich brauch nichts. Könnt ihr die F-Taste spammen, ne? Also, wie gesagt, schaut mal auf den Server, Leute, der ist voll. Und, ähm, wir hoffen zumindest, dass wir hier jetzt, ähm, zur ersten Folge erstmal vernünftig durchkommen. Ja, wir wollen ja erstmal nur überleben. Ja, genau. So, auf geht's. Wir gehen dann einwärts. Weiter geht's. Wenn wir an der Küste bei so vielen Spielern, auf einem Server, der schon etwas länger besteht, dann finden wir gar nichts mehr. Kenntet einer von euch ein schönes Wanderlied? Das Wandern ist das Müllers Lust. Ja. Dann los. Ich würde lieber Django singen, ehrlich. Ja. Wäre lieber, wenn wir jetzt ohne schöner Westerwald singen würden. Ja, toll. Ja, ja, dieser Weg am besten, oder? Ja. Oder was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir zusammen. Ja, ich kenne Django irgendwie passende. Ja, dann singen wir. Ja, fang an. Ja, einer weiß ich. Ja, vielleicht kenne ich das ja. Kennst du nicht Django Unchanged? Äh, keine Ahnung, kann sein. So vom Namen sagt mir das gar nichts. Ja, auf jeden Fall. Bisschen Schleichwerbung hier. Na, das ist das Schlimme der ganzen Sache, wenn du jetzt anfangen willst zu singen, ne? Ich glaube, du hast mich noch nie singen hören, Micha. Das stimmt allerdings, ja, da hast du vollkommen recht, ne? Oh nein. Kein leichter sein, dieser Wind steigt unschwer. Boah, du hörst die an wie so ein schwangeres Nilpferd, ey. Voller Herzchen, ey. Leute, was geht? Warte jetzt, woher du weißt, wie ein schwangeres Nilpferd klingt? Ja, ich hab's doch grad gehört. Was ist los mit euch? Nehmen eure Fäuste alle runter. Und seid ihr schneller. Ja, vielleicht hört Dieter Bohl uns mal zu und der Sascha kommt mal weiter. Wo soll der denn weiterkommen, bitte? Ich bin zu oft mit dir unterwegs gewesen. Leute, keine privaten Sachen, bitte. Ich hab's doch nicht wieder in die Nase gestrickt, ne? Ich würde sagen, in einer der nächsten Folgen zeigen wir dann mal, wie man an den Büschen Bären sammeln kann. Da müssten wir aber erstmal so einen Busch finden. Ja, genau. Und in der übernächsten Folge zeigen wir, wie man Bären töten kann. Du lachst, aber ich find das gar nicht so unvorstellbar. Es sollen ja Tiere kommen. Du sollst ja ab dem nächsten Patch auch kochen können. Und wenn dann hier Tiere eingeführt werden, die du jagen kannst, mit Pfeil und Bogen und so weiter, dann denk ich mal, ist es gar nicht so abwegig, dass auch wilde Tiere wie Wölfe und Bären kommen. Super. Können wir noch Menschenfleisch essen? Oh, also das wäre natürlich auch ne interessante Sache. Mein weißer Bruder, ne? Also, Stefan, dann würde ich mir um dein Leben mal ein bisschen Sorgen machen als Teamkiller. Das denk ich auch mal. Stimmt. Ich bin nämlich der Einzige von euch, der hier lecker schmeckt. Feuideibe. Da hinten, da kommt schon was. Wisst ihr was? Da will ich mich für die Allgemeinheit opfern und was macht ihr? Ihr werdet sich dann so um. Ja, komm, lass uns mal in das Dörfchen da gehen. Vielleicht finden wir ja was. Vielleicht finden wir ja jemand, der uns abknallt gerade. Ja, wir finden den Tod. Das wäre, das wäre möglich. Das wäre echt möglich. Also, wir sind ja auf keinem leeren Server. Du musst damit rechnen. Die Aufgabe zu überleben ist auch teilweise wegzulaufen. Ja, das stimmt allerdings. Und nicht irgendwie, weil... Wir lassen irgendwie Frauen da. Ich bin ja schlau, ich lass euch vorlaufen. Aber dafür kriegen wir die ganzen Waffen. Ach, was für Waffen. Ich dachte, das Essen wird geteilt. Jetzt hört mal zu, hört mal zu. Geht mal die ersten hier in dein erster Haus rein. Und wir treffen uns gleich hier. Ähm. Warte mal. Ich bin in diesen geklinkerten. Verteilt euch, verteilt euch mal. Ja, ich geh auch in den Bau hier rein. Ich bin ja mal gespannt, was hier gibt. Also, die Türen sind alle noch zu hier, ne? Das hört sich doch gut an. Oh, hier ist auch noch was drin. Ja, ich hab nen Kurzeimer gefunden. Lecker. Also, der Bau ist leer hier. Hier ist nix. Ich komm wieder raus. Ich schnapp mir mal das nächste. Ich hab sogar das erste Waffenteil gefunden. Ja, das ist sehr gut. Die Tür ist auch offen. Irgendwo ist ein Zombie. Ja, ich höre den auch. Also... Ja, der ist oben in der Straße. Leute, hier ist alles leer gelootet worden. Ne. Ohne Witz. Seid ihr egal. Können sie doch alle zu. Ich hab einen Cowboyhut. Wo seid ihr gerade? Hier gibt's nix, ey. Also, ich bin jetzt in so einer großen Halle. Ich komm wieder raus. Oh, Zombie bei mir. Oh. Er steht jetzt vor mir. Ja, ich. Komm, lass uns mal da oben hingehen. Warst du in dem Haus schon drin, links? Ja, da war ich drin. Ja, da lass uns da oben gehen. Lass uns mal alles nachgucken. Also, Leute, ich hab zwei Dosen zu essen gefunden. Sehr gut. Also, du bist jetzt da in der Scheune drin, da unten, ne? Ja. Kann das sein? Okay. Du lockst den Zombie an und ich hab den dann an der Backe oder was? Oh. Also, hier ist... Ja, erst bei dir, erst bei dir. Hier ist so nix. Ja, die Bauten sind alle leer hier, du. Gibt's doch gar nicht, ey. Ich hab eine Hose und einen Basecup gefunden hier hinten an der Scheune. Da ist, glaub ich, noch eine Hose. Irgendeine mit ein bisschen mehr Platz. Ja, immer mitbringen. Alles, was du kriegen kannst. Da kommt noch keinen Platz. Oh. Leute, kommt ihr dann gleich die Straße rauf? Ja, Moment. Ja, ich bin hinter euch. Ähm. Ey, hier ist alles leer. Als ob ihr einer gewischt hätte. Ist das hier hinten nicht wo ich war? Hier ist alles leer. Das gibt's doch gar nicht, Mann. So, bei Rollo. Oder bei Obi. Wie, wo, was weiß, Obi? Ach, da kommt ein Zombie, ey. Ja, halt das Maul. Schleichwerbungstag heute. Oh, scheiße. Ich werd grad vom Zombie verfolgt. Und wo seid ihr denn jetzt? Ach, da oben. Ja, geh weg, Mann. Geh mir nicht um... Oh, der haut nicht. Kommt die Straße rauf. Ich glaub, ich blute. Jo, ich blute, Leute. Ja, komm her, du kostest mal ein T-Shirt. Moment, ich werd grad vom Zombie verfolgt. Ey, wer bist denn du? Die Perle mit der Perle. Ich komm jetzt runter hier. Die sieht ziemlich vernaschen aus. Ich muss erst mal gucken, wo ihr seid, ey. Scheiße. Nicht kloppen mit dem Zombie. Nein, ich blute ja eh schon. Wo bist du denn? Ich komm jetzt die Straße rauf hier. Ich lauf jetzt grad die Straße hoch. Wir sind ganz oben am Deck. Ich komm. Wer läuft grad zurück eigentlich? Ich? Ich mach grade hier. Bleib hier bei mir stehen. Ja. Also von dem Arsch muss sie mal ein Foto machen, ehrlich. Von meinem? Zombies kommen. Ja, du, den. Die Perle mit dem. Ah, verdammt, deshalb bin ich mich selber. Natürlich. Scheiße. Ja, mach mal. Mach schon, mach schon. Ne, so nicht. Komm, wir müssen erst mal weg. Lauf mal ein Stück weg. Ja, ich lauf. Ich möchte das nicht. Ja, ich hab trotzdem schon gemacht. Hm. Noch ein Stück, komm, 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 komm. Ja, ich komm. Alter, du saftest ja mal. Du saftest auch, ey. Du bist auch gleich tot, Mann. Los, pass mich an. Ich hab Verbände. Los, komm, erst mal weg, komm, erst mal weg da. Mann. Leute, wir müssen uns verbinden. Schnell, schnellstens. Pass auf, da kommt schon wieder ein Zombie. Kommt weg da. Ich hab dich gerade verbunden, lauf weg. Komm hier hoch, komm hier hoch. Komm her. Wollt ihr euch gleichs machen? Erst mal hochrennen. Ich hab doch gesagt, kloppt euch nicht mit den Zombies. Ich hab mich ja nicht gekloppt, der Arsch hat mich einfach erwischt. Also mich ja, du blutest immer noch. Ja, ich weiß. Können wir dann irgendwann mal stehen bleiben? Hat noch jemand Verbände jetzt? Kann man sich ausreißen? Ja, los, ich bleib jetzt hier stehen. Machen wir ihn nämlich ja. Wir können vielleicht die Zombie hier vorne ein bisschen ablenken, im Fazit kommen. Moment, ich werd kurz mein Essen raus. Die Zombies kommen? So. Wir sind noch ganz schön weit weg, bis dahin sind sie fertig. Bleib stehen, bleib stehen. Nicht bewegen. Bis dahin seid ihr fertig. Wer ist er denn denn? Ja, ich stehe doch hier vor dir. Ja, ich hab's denn. Ich hab's gemacht. Ich werd doch schon verbunden gerade. Ja, er lenkt den Zombie ab. Ich glaube, ich stehe nach hinten. Alles klar, pass auf, gehör zu bluten. Super, danke. Seid ihr fertig? Alles klar, weiter geht's. Alles klar, weiter, weiter, weiter. Wir können weiter rennen. Los, komm. Wollen wir jetzt Richtung Factory? Ist das die Straße? Ja, Leute, habt ihr gesehen, wie schnell das geht, dass man eventuell verbluten könnte? Wenn jetzt die anderen nicht da gewesen wären, da wär ich wahrscheinlich wohl nicht weit gekommen. Also du kannst ne ganze Weile bluten, aber irgendwann ist halt Schluss. Ja, wie im echten Leben, ne? Aber so wie der Stefan gerade geblutet hat, dann wär schon... Ja, der hätte nicht lange überlebt. Da kommt jetzt ein Rohbau auf der linken Seite. Ja. Ich glaub, das ist ein Factory. Ein was? Ein was? Nein, das steht in der Karte. Factory. Na, Fabrik. Für mich ist das ein Rohbau. Factory. Ich hab das ganz anderes verstanden. Ich möchte das gar nicht, spreche bitte nicht aus. Ich will's gar nicht wissen. Ich will's gar nicht wissen. Wirklich nicht, ich will's nicht wissen. Ah, wer finde ich den ersten Rucksack? Guck mal, wie soll das denn? Ja, das geht doch nicht darum, weil wir teilen doch sowieso alles. Aber erstmal die Frauen. Nee. Sie. Und die kriegen zuerst die schönen Sachen. Was macht ihr denn da? Ich komm nicht durch. Natürlich muss wieder uns einer wieder außenrum rennen. Natürlich. Warum auch nicht? Ah, nee, doch nicht. Hier geht's rein. So, ich geh mal hier gucken. Ah, eine Fresse. Du bist dann doch mal. Ah, das ist ein Scheiße. Nee, ich komm hier nicht rein. Ist halt nicht das Ding, wo der Typ uns da damals gesnipert hat? Nein, 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 nein. Das war in, ähm, in Tschernobyl. Also in Tschernobyl. Okay. Ich war hier und noch gar nicht. Ich hab Munition gefunden. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ist halt ein Rucksack nicht? Ein Rucksack wär gut. Dann könnte jemand schon mal die Klammern alle tragen. Ja. Hier dicht gar nichts. Hier dicht auch nichts. Ach, hör auf zu schreien. Ich hab'n... ... Apfel oder so gefunden. Der Kiwi. Ja, ist die noch gut? Ja. Hellgrün. Verrottet oder ist die noch gut? Äh, da steht Form oder sonst was. Ja, ist das eine Rotten Kiwi oder eine Kiwi? Eine Rotten Kiwi. Ja, lass liegen. Ja, da kannst du die nicht essen. So, weiter. Ecke. Treppen rauf. Zack, zack, zack. Wo seid ihr? Wir gehen grad nach oben. Also ich oder ich zumindest. Geh jetzt hier die erste Etage oder zweite Etage oder whatever. Whatever. Whatever, du. Was? Ja. Nur denkt dran, Leute. Das kann schnell sein, dass uns hier einer abknallt, ne? Weil der Server... Ich glaub, hier an der Stelle... Meinst nicht? Ich weiß nicht. Bin mir da nicht so sicher. Ich war hier noch nie gewesen. Ich auch nicht. Da liegt ja hier noch. Nichts, ey. Hier liegt gar nichts. Nichts liegt hier. Nichts oben mehr? Ich bin jetzt ganz oben. Oh, hier ist nichts, ey. Oh, ein Rucksack. Jawoll. Der ist schon mal gut. Ich bräuchte auch irgendwie ein Schlagwerkzeug oder so. Da ist noch ein Rucksack. Ich bin unterwegs. Bin jetzt oben. Ich bin... Ich geh die Treppe... Na, Leiter hat grad hoch. So, auf der Etage ist nichts hier. Hier hab ich nichts gefunden. Dann komm ich mal die Treppen weiter rauf. Feuerlöcher verzauern willst. Boah. Runden war der Spraydose. Habt ihr alles heute hier oben da? Jo. Sonst geh jetzt Treppenaufgänger runter. Ich schaff's mir nicht runter, ey, ey! Oh, nein, ey! Deswegen... Ich mag... Ich mag die Treppen nicht. Habt ihr alles? Hier ist die Spraydose. Aber was machen wir denn damit? So, noch eine höher. Ah, du warst ja oben, ne? Jetzt komm wieder runter. So, wo seid ihr? Ja, wir rennen hier rum, ne? Ja, wir rennen hier rum, ne? Ja, wir treffen uns vorne gemeinsam, oder? Ja, und die, 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 die Club-Werkzeuge haben. Ja, alles. Ja. Die jetzt gleich die Schlag-Werkzeuge haben, die kümmern sich um die Zone. Was soll man denn da mit? So, nicht runterschmeißen, ne? Also, gehen wir von allen. Alle nacheinander runter. Los, komm! Alle nacheinander runter. So, das erste bisschen haben wir schon mal gefunden. Und wie gesagt, die ersten, die ersten mit den Knüppeln und so weiter. Also, die kümmern sich um die Zombies, bitte. Komm, ist ein Zombie. Wo wollt ihr denn? Runde am Eingang. Ja, komm, jetzt gerade runter. Die Zombies drinnen, ne? Jo. Jo. Wollt euch sehen. Ah, scheiße, wie komm ich denn jetzt hier weg, Mann? Der rennt durch die Wände. Nein. Ja, bei mir. Oh. So, ich komm runter. Wo bist du denn da mit dem Schlagwerkzeug? Äh, hau dir gerade nen Zombie? Den Feuerlöscher? Nein, bin der Rotzange. Ja, hau den, Vic. Wer ist hier gerade mit dem Feuerlöscher? Ich hab den Zombies. Das bin ich. Gut. Sehr schön. So, wir treffen uns alle hier. Okay. Zombie liegt. Oh. So, ich bin da. Wer steht hier neben mir? Ich. Okay. Ich hab direkt nen großen Rucksack. Zombie. Oh, Zombie. Wo seid ihr? Wir treffen uns unten am Tor treffen uns jetzt. Ja, los. War noch keiner drinnen? Hier ist auch nix. Ja, dann bin ich neben dir. Du hast den Feuerlöscher, ne? Ja. Ja. Ich glaub ich auch ein. Genau. Wir treffen uns alle am Tor. Hier auch mal den Zombie weg hier. Nö. So, ich hab nicht an der Straße. Nö. Ich glaub da hinten war noch keiner drin. Da guck mal da noch an hier rein. Äh, hier geht's mal rein. Hier ist noch ein Helm. Ich hab einen. Der ist egal, bring hier noch mit. Ich hab noch keinen. In der Garage oder was. Moment. In die Garage denn jetzt? Oh, schon weg. Weg da! Hier. Wer ist das hier mit dem Rucksack vor mir? Ach da hinten? Da ist er tot. Ja? Warte mal, der Michael ist doch die Perle mit dem Cowboy, oder? Natürlich. Hier sieht's aus. Ja? Wo ist Stefan? Ach, schau dir. Bekannt ist ab jetzt Rotköppchen. Braucht noch einer im Billscap? Ein schönes Klingel. Ja, gib mal her. Ich bin mit nach vorne oder zum Tor. Ich hab ja gar nichts. Hast mich an. Hast mich an. Hast mich an. Dann seid ihr den Nutz. An der Straße, am Tor. So. Ein rosa-farbenes Billscap. Bitte schön. Ein rosa, oder? Ja, ich warte. Wo ist es denn? Es ist nicht da. Ich seh's. Rosa farben ist er. Sieht aus wie Barbie, ey. Shit. Ich hab übrigens einen Dosenöffner. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, das ist sehr gut. Ich hab drei Dosen zu essen. Dann kommt weiter. Ach, da ist es. Da ist es. Da ist es. Leute, wir können gleich essen. Weiter geht's. Fäuste und ab geht's. Ich hab übrigens Handschellen gefunden. Oh nein. Ich schau wieder her. Leidest du mir die mal? Ich will die Perle fesseln. Oh ja, wo ist der Spätfell? Nein, nein. Vielleicht treffen wir ja gleich jemanden. Björn, du weißt ja, ne, dass die Perle, die du treffen möchtest, dass das ein Kerl ist. Geht ja von virtuell, ne? Was hast du? Nicht real. Da gehen die Gedanken mit mir durch. Boah, hört auf, ey. Oh, bitte. Kann das irgendwie sein, wenn man eine kaputte Hose anhat, dass man langsamer läuft? Nein. Natürlich, wie im realen Leben. Ich hab Hunger, ich bin rot. Oh, hier der Grüne, der läuft sehr, sehr schnell. Ich hab nicht so eine Rucksack. Ja, gehen wir aus dem Set, die wir hinterher sehen. Ey. Mein Gott. Sag mal, ich schmeiß dich gleich vom Server, ey. Geiert hier, ey. Boah. Wie sagte schon Roberto Blanco, ein bisschen Spaß muss sein. Der hat halt nicht gesagt, der hat gesungen. Magst du mal sitzen? In Roberto Blanco? Jetzt kommen Polano. Bei mir. Da gibt's ja ziemlich viel zusammen. Wie seid ihr? Jetzt weißt du... Speedboots! Pass mal auf, jetzt komm ich! Speedboot! Hör mal Stefan, jetzt weißt du mal, was der so abfährt. Bapapapapapapapapapap. Ähm... gerne eine Frau in Krankenschwesterkostümen oder lakken Bläder. also alle mädels die das video sehen und sich angesprochen fühlen können sich alle bei björn melden bitte oder schreibt mir in den kommentaren ich werde weiter unser liebling sein er hat auch ein fahrzeug und gabelstapler er holt euch gerne von der arbeiter also kein problem sagt mir bescheid ich werde mich darum kümmern dass er die nachrichten bekommt leute ich gehe ins erste haus hier ich gehe in die zweite hier ist auch offen hier liegt was hier auch jetzt eine dose aber ist kaputt da kann ich anfangen wie kaputt der mensch und so was dürfen die ja sein aus hier ist mein haus aus hier ist mein haus ich habe wieder was das ist okay ich habe mir verrottete banane gefunden ich habe rote pens gefunden die damage sind der preis gefunden ja geht nur darum wenn die vier plätze hat bringt ist nix die muss sechs haben ja das stimmt oder tendiert nur vier ja ich guck mal weiter ich kann ich mal so klein hier ich bin ja noch in dem ersten haus hier ich habe noch nix ich habe noch gar nix so ich komme da raus ach da ist noch eine hüte warum lauf ich denn da nicht hin wisst ihr eigentlich wo wir sind in dem buch also ich bin zu hause ich habe ich habe einen steil das glaubt ihr nicht leute merkt ihr mit was für intelligenten menschen ich jetzt zusammen zocke das gleich mal gucken wie ich aussehen alle intelligent hier ist nur ein roter bauhelm wo seid ihr ja nicht hingelaufen quer durch die city hier also ist irgendeiner in grünen haus gewesen wenn die türen offen sind ja also hier ist noch alles zu oh hier ist ein supermarkt moment aber hier scheint schon alles gelootet worden zu sein ja alles klar dann komme ich wieder raus super park ja ja hier ist ein echten supermarkt aber so ich komme mal in den supermarkt wo ist der ich werde mir jemand mit rucksack ich muss mir kurz ein ablegen ich muss das hier hin die große polizeiwache ist möglich dass da waffen drin sind ich bin genau wenn du aus dem aus dem maria hier 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 komm lass uns mal gucken kontrolliert auch mal die autos also ich stehe es gerade keine kirche du stehst gerade mitten im boden aber ist egal gar nicht mehr so klein ist ein spieler wo ist ein spieler drin raus scheiße wir sind reingelaufen ich komme nicht mal der hat aber nicht geschossen stefan hast du eine waffe ja ich bin gerade warum sagt er nichts schnappen sich den jetzt gleich mal wenn sie ihn sehen also ich bin draußen michael bist du da mit der pinken käppi bist du ja natürlich hier immer den grünen helmen ja da im boden muss man ran käppi ab und drauf gegen er steht er steht da hinten an der straße an dem schild der hat keine muni glaube ich ich komm raus ja lass ihn doch mal ich hab anstellen ich sag mal wo steht er denn ist die waffe geladen der zombie zombie glaube ich nicht glaube ich nicht zombies oh scheiße der wird den zombie doch erschießen haut ihn kaputt in den spieler ja raus versehen ja haut ihn kaputt ich kann doch nicht mal dazu wie großartig die schippe zu nehmen ich hab ihn getroffen hier ist nix ich finde auch niemand eine schlagwaffe das kotzt mich so an er blutet er blutet er blutet er blutet warum sagt er denn nix er muss nachladen er hat keine muni mehr haut ihn platt leute wo seid ihr kann man mal sagen wo ihr seid ich bin außerhalb von der stadt ich laufe jetzt aber wieder rein ich bin den feuerlöscher bewaffnet ach da seid ihr ich hab mal über den feuerlöscher getroffen ey da seid ihr was ist denn hier los für ein gehacke ey komm mal komm mit komm mit komm mit komm mit komm mit komm ich blute auch hier ich folg den trotzdem hopp hopp komm wo ist der reingerannt so komm her ich versuche jetzt mal mit dem t-shirt der ist hier unten im tümpel der kommt hoch zur straße der hat die axt ich bin tot ich hau ihn jetzt weg ey haut ihn kaputt ich hab ihn bestimmt zehnmal getroffen hau ihn platt man so ich komm euch hinterher ich bin gestorben äh wo ist der ich bin unnächtig der hat immer noch die axt haut ihn kaputt da ich blute glaube ich auch egal draufhauen los mach ihn platt los verfolgt ihn mal ihn platt ach hau abtun scheiß zombie ich werde enttäuscht ich bin direkt wieder tot ja achs wegnehmen und erschlagen im weg schnell hat die zombies platt leute 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 los kommschauen komm schon da weg man wir bluten hier komm schauen kommt da weg komm ich ja komm mit ja ich komm komm schon komm schon komm in die kirche ich weiß nicht wo du bist komm hier rein komm in die kirche rein hier wenn das geht hier kommt man nicht rein scheiße weg 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 da kommt man rein hier gehen wir können den ablenken ja die Axt haben wir los rein hier wir müssen uns irgendwo verbinden hier so ich komme euch hinterher wegklenkt die zusammennehmen ein bisschen ab also der Tiki Raze kann das sein oder Reiz es wird auch die zombies kommen rein ja nicht um ich kann es nicht mehr so ein bisschen raus hier komm raus komm mal raus ich versuch die weg zu hauen ja genau kommst du dann raus oh ich bin bewusstlos ich bin bewusstlos ich bin bewusstlos ich bin bewusstlos lebt der Typ wieder? ich kann die Axt nicht nehmen oh scheiße man Leute ich bin auch der Tod das kann doch nicht sein dass wir von ein paar Zombies kaputt gehauen werden ja ich bin der Einzige der Nächste der Nächste ja ja ich hab die alle hier hoch geholt ja jetzt kommen wir zu euch oh krass toll gemacht ey René ehrlich ohne Witz ey wir sind selber am bluten weißt ich wollte mich gerade in Ruhe verbinden ey sonst hättet ihr da noch viel mehr gehabt ja scheiße es liegt sich auf dem Boden rum ey ja warte vom Zombie wenn du da bewusstlos gehst dann dauert das nicht lange ich bin auch schon wieder auf dem Weg zu euch aber den Typ hat der jetzt gekillt ja ja der ist tot ey ich hab den mit dem Feuerlöscher bestimmt zehnmal mindestens geschlagen Mann ich kann nicht ey Leute das geht doch nicht ey ich geh hier kaputt ey ich verblute gerade ja ich lege doch da als Leiche ne mein T-Shirt schneidest in Racks und dann mach fertig ich hab doch keine Chance ich komm doch hier nicht weg ne da sind 5 Zombies bei denen der bewusstlos ist äh lass doch mal ich krieg die Axt nicht na ich hab das auch schon versucht hier ist auch einer drin in der Kneipe hier jo ich bin bewusstlos ich stopp mal die Aufnahme Leute ja für bewusstlos ist natürlich doof also wir sehen uns nachher ne bis gleich tschüss